Wir freuen uns, dass wir vom Hotel Cesamonte eingeladen wurden und da befinden wir uns jetzt und da möchten wir euch jetzt eine kleine Roomtour geben, wie das Zimmer so aussieht, weil das ist richtig, richtig toll. Los geht's. Herzlich willkommen in unserem Schlafzimmer. Und das ist unsere Aussicht von unserem Bett. Mega, oder? Oh, da ist der da oben. Und direkt hinterm Schlafzimmer befindet sich unser Wohnzimmer. Ist ein bisschen größer hier. Wir haben auf jeden Fall sehr viel Stauraum. Auch zum Duschen ist super viel Platz. Und auch der kleine Mann hat sein eigenes Reich mit eigenem Zimmer. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Some boy! Musik Hier gibt es sogar eine Familiensauna, wo Kinder mit rein dürfen und dieser Bereich hier, das Hainbad und die Familiensauna und auch die Kaltnebelgrotte und es gibt auch noch ein Familiendampfbad, all das ist hier in einem extra Bereich und wenn man weiter geht, kommt man dann in den normalen Sonnabereich, der für nur Erwachsene beziehungsweise für Menschen ab 14 Jahren geöffnet ist. Musik 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 Musik